1. September, Neues bei der Polizei, auch in Vorlberg, also in ganz Österreich, aber auch in Vorlberg. Ab heute ist es nun Realität, was wir schon im Sommer gehört haben, es gibt eine neue Einheit, die sogenannte SRK, das ist die schnellen Reaktionskräfte. Gibt es schon länger in Wien, da ist das ganze Vega und da hat man sich überlegt, das wäre eine gute Idee, das ist vielleicht auch für ganz Österreich auszurollen. Heute, wie gesagt, geht es los, vielleicht können wir kurz mal einleitend erklären, um was geht es denn da überhaupt genau, was macht diese Einheit, warum braucht es die? Die Arbeit der Polizei richtet sich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung. Somit stellt die Einführung der schnellen Reaktionskräfte eine Weiterentwicklung der bestehenden Polizeiorganisation dar, um zukünftig auch für komplexere Aufgaben gerüstet zu sein. Somit ist sichergestellt, dass die Polizei bei Bedarf mit speziellem Personal und in hoher Magenstärke auftreten kann. Gerade der Fall in Wien hat ja gezeigt, dass mit Hilfe der schnellen Reaktionskräfte die Sicherheitslage entscheidend verbessert werden kann. Jetzt gibt es ja verschiedene sogenannte Spezialkräfte. Es gibt, in Vorlberg kennt man sicher die Einsatzeinheit. Das sind Beamte, die zum Beispiel bei Fußballspielen in Einsatz kommen, auch bei Demonstrationen vielfach in Einsatz kommen. Da handelt es sich ja um Beamte, die normalerweise auf ihrem Postendienst tun und eben für diese speziellen Ereignisse oder für diese Einsätze dann von dort abgezogen werden. Das andere, was es gibt, ist das ECOCOBRA. Auch das im Land bekannt. Die werden immer geholt, wenn es dann wirklich gefährlich wird. Das sind fix eingeteilte Beamte. Das heißt, die machen nichts anderes sozusagen. Wie sieht das bei diesem SRK dann aus? Sind das auch Beamte, die dann eben fallweise hinzugezogen werden? Oder wird hier wirklich eine komplett neue Einheit, auch mit rund um die Uhr Betrieb, sage ich jetzt mal, aufgebaut? Die schnellen Reaktionskräfte bestehen aus zwei Säulen. Zum einen der Bereitschaftseinheit und zum anderen den schnellen Interventionsgruppen. Mit heutigem Tage nehmen die Bereitschaftseinheit ihren Dienst auf. Die Bereitschaftseinheit ist dazu da, um den regulären Polizeidienst zu unterstützen. Das heißt, sie werden herangezogen bei Bestreifung von Hotspotgebieten, bei größeren Veranstaltungen zur Unterstützung der regulären Polizeikräfte, aber auch im Bedarfsfall ad hoc bei Alarmverhandlungen oder aber auch bei Amok oder Terrorlagen zur Unterstützung. Und es gibt eine der beiden Säulen, es gibt eine zweite noch? Das wäre die eine Säule. Die zweite Säule, die schnellen Interventionsgruppen, die werden mit 1. November installiert. Die füllen eine Lücke zwischen dem regulären Polizeidienst und dem Einsatzkommando COBRA aus. Diese Gruppe wird für Einsätze mit hohem Gefährdungspotenzial herangezogen, zum Beispiel bei gefährlichen Personen oder wenn Waffen im Spiel sind. Keinesfalls stellt die SIG aber eine Konkurrenz zum ECO COBRA dar. Und sind das jetzt dann fix installierte Beamte oder ist es, also bei dem SRK, gehe ich aus Ihren Worten heraus, wird es dann auch so sein, dass es Beamte, die zwar speziell geschult sind, aber unter der Woche, sage ich jetzt mal, ihren normalen Dienst machen und bei diesen Lagen eingezogen werden oder eingesetzt werden. Beim SIG, dann sollen das aber dann wirklich fix ausgebildete Beamte sein, die dann auch nichts anderes mehr machen. Ich beginne jetzt mit der Bereitschaftseinheit. Die Bereitschaftseinheit besteht aus einem rotierenden Stammpersonal von 20 Beamten und Beamtinnen. Und zwar werden das junge Polizisten und Polizistinnen sein, die die Grundausbildung abgeschlossen haben und mindestens neun Monate Außendiensterfahrung haben. Diese Polizisten werden dann bei der Bereitschaftseinheit, die ihre Räumlichkeit in Giesingen hat, im Areal der Polizeischule, werden dort eingesetzt. Und zwar so lange bis der nächste Polizeiausbildungskurs ausmustert. Dann werden die Beamten, die bisher bei der Bereitschaftseinheit Dienst versehen haben, auf ihren Stammdienststellen weiterhin Dienst versehen. Aber bei der Einsatzeinheit, die ja schon seit vielen Jahren besteht, oder die Reserveeinheit eingesetzt werden. Bei der schnellen Interventionsgruppe, das ist eine fixe Stammmannschaft, ebenfalls im Areal der Polizeischule in Giesingen oben. Dort ist gewährleistet, dass immer eine Dreiergruppe 24 Stunden am Tag siebenmal die Woche für die regulären Polizeikräfte verfügbar ist. Im Gegensatz zu der Bereitschaftseinheit, die die reguläre Ausbildung hat und die üblichen Waffen, wie sie die Polizei besitzt, wird die SIG mit speziellen Waffen ausgestattet, erhält auch eine spezielle Ausbildung dafür. Das wäre jetzt die nächste Frage, was für eine Ausbildung bedarf es da? Wenn man sagt, bei gefährlichen Situationen, wo man jetzt aktuell oftmals auch die Cobra hinzuzieht, wir kennen es auch aus den Berichten in Wien, die Vega, die treten ja auch anders auf, die haben ein anderes Equipment, wie das jetzt zum Beispiel die normalen, in Anführungszeichen, Streifenpolizisten im normalen Dienstbetrieb haben. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft diese Ausbildung ab? Wie lange dauert die? Dass man sagt, wir können am 1. November schon starten, da muss ja eigentlich schon vieles im Hintergrund passiert sein. Also wer zu den schnellen Interventionsgruppen will, muss sich analog, wie beim Eco-Cobra, einem Auswahlverfahren stellen. Und dieses Auswahlverfahren umfasst einen Sporttest, umfasst einen psychologischen Test, ein Fachgespräch. Und wer diesen Test besteht, der erhält eine spezielle Ausbildung in Waffenkunde, in Einsatztechnik, in Einsatztaktik, erhält eine Ausbildung in Erste-Hilfe- Maßnahmen und auch natürlich eine Ausbildung für die speziellen Waffen, die die SEG besitzen wird. Die SEG hat neben der regulären Waffen einen Teser zur Verfügung und auch Werkzeuge für die Tür- und Fahrzeugöffnung, wie sie zum Beispiel auch das Eco-Cobra benutzt, eine Ramme zum Beispiel. Gibt es da parallel noch bei der Ausbildung? Kooperieren da diese beiden? Also holt man sich da die Erfahrung nämlich auch noch vom Eco-Cobra? Das ist richtig so. Die Ausbildung der SEG Beamten wird gemeinsam vom Einsatzkommando Cobra und von der Wiener Vega vorgenommen werden. Und jetzt, wenn es im November starten soll, nehme ich an. Das hat man intern schon geklärt, wer da überhaupt mit dabei sein kann. Wie sieht es denn da aus mit Bewerbern für diese neue Einheit? Haben sich da viele schon gemeldet? Für die SEG haben wir genügend Bewerber und die Auswahlverfahren sind momentan am Laufen. Wenn man jetzt sieht, wir haben eine Einsatzeinheit, wir haben das Eco-Cobra, wir haben die SIG. Gibt es da Befürchtungen, dass es da teilweise auch, wie soll ich sagen, ein bisschen Kompetenzstreitigkeiten geben könnte künftig oder dass man sich nicht ganz klar ist? Oder ist das ganz, ganz klar abgesteckt, wer macht was? Überhaupt nicht. Das ist ganz klar abgesteckt. Die SIG wird eine Lücke füllen, die zwischen den regulären Polizeikräften besteht und dem Einsatzkommando Cobra. Das Einsatzkommando Cobra kann sich viel mehr auf die Kernaufgaben konzentrieren, weil die SEG gefährliche Einsätze übernehmen wird. Gefährliche Einsätze sind zum Beispiel Einsätze gegen gefährliche Personen, wo man es weiß schon, beziehungsweise wenn Waffen im Spiel sind, dann wird in Zukunft die SEG gerufen werden. Das sind Aufgaben, die in Vorarlberg bislang auch die Cobra wahrgenommen hat. Letzte Frage ganz kurz. Wenn man jetzt mit 1. November startet, was bedeutet das tatsächlich jetzt von der Personalsituation auch für die Posten, für die Polizeiinspektionen draußen? Das heißt, es werden ja gewisse Aufgaben dann auch abgegeben, beziehungsweise kann man sagen, okay, wir haben spezielle Kräfte dafür, die wir jetzt vielleicht nicht hatten. Also gerade bei der SRK vor allem ist das ja der Fall. Was bedeutet das jetzt auch für den Dienstbetrieb auf dem Posten draußen? Also zunächst eine Spezialisierung der Polizei ist in der heutigen Zeit unbedingt notwendig. Das Personal dafür wird komplett aus dem Personalstand der Vorarlberger Polizei rekrutiert. Und wenn Sie jetzt die Personalsituation ansprechen, dann ist es schon so, dass also die neuen Einsatzkräfte von SEG und Bereitschaftseinheit den regulären Polizeikräften auch bei ihrer Arbeit unterstützen und auch Arbeit abnehmen werden. Herr Spitzhofer, vielen Dank für die ersten Informationen und die ersten Einblicke. Ich nehme an, man wird in den nächsten Wochen und Monaten dann auch auf den Straßen draußen für die Bevölkerung sichtbar das ein oder andere Mal eben diese neuen Kräfte sehen. Auf jeden Fall wird eine sichtbare Polizeipräsenz für die Bevölkerung wahrzunehmen sein. Alles klar. Danke. 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 Kein